Weihnachten kommt in großen Schritten näher. Unsere Stadt dekoriert um. Wir sind bereit für die schönste Zeit des Jahres und auch als Kirche sind wir vorbereitet, damit wir mit unseren Freunden, Bekannten und Verwandten Kirche und Weihnachten neu erleben können durch vielfältige Angebote. Wie zum Beispiel starten wir ein Gospelchor. Wir werden ein gewaltiges Konzert dort erleben. Wir werden eine Predigtserie starten. Wir als 100 Prozent. Es geht um 100 Prozent von diesem Leben, das Gott für dich und für mich bereit hat, erleben zu dürfen. Dann geht es weiter mit dem Musical The Way Back vom ICF Zürich. Viele sagen, es ist das beste Musical, das je geschrieben wurde in unserem ICF Movement. Wir werden dort im Kesselhaus sein, nicht im Neuraum. Eine sehr schöne Location. Die Woche drauf wieder in Home Sweet Home, unserem Neuraum, werden wir zwei Lebensgeschichten angucken und erleben, wie Jesus wirkliche Veränderungen hervorbringen kann. Am 24.12. hört es nicht auf, sondern da fängt es auf eine Art erst richtig an, weil wir werden zwei Weihnachtsgottesdienste für die ganze Familie erleben können, in einer festlichen Atmosphäre. Du wirst den Neuraum nicht wiedererkennen können, so weihnachtlich wird der erstrahlen. Traditionelle Weihnachtslieder werden am Start sein und du kannst dich jung und alt einladen, mal einen Gottesdienst auf eine andere Art an Weihnachten zu erleben. Danach geht die Serie noch weiter bis ins neue Jahr und ich freue mich sehr darauf, auf alle Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen werden, was du und ich mit unseren Freunden an diesem Ort erlebt haben in der Weihnachtslieder. Musik 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 Musik